Es freut mich immer mehr. Ich bin ja froh, dass zumindest hier die Blöcke immer lustiger werden. So, ich versuche auf jeden Fall die Dinger hier mit reinzupacken. So, dann haben wir da so eine L-Form. Moment, das machen wir anders. Machen wir da so eine L-Form. So. Dann machen wir da das Zweier-Ding ran. Dann das... Nee, dann machen wir da diese L-Form. Jetzt geht uns das Zweier-Ding im Weg. Nee, Blödsinn geht uns gar nicht im Weg. So, so passt's. Haben wir schon geschafft. Weil, ähm... Das L kommt hier rein. Das L kommt hier rein. Und das Zweier-Ding ist hier noch. Dann haben wir die beiden Pinken in einem Raum. und die beiden grünen in einem Raum. Und alles ist gut. So, und was haben wir hier? Oh, jetzt ist wieder so eine Platte. Die ich alle nicht ganz checke. Durch. Nee. Durch. So. Ja, ich... Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was die Dreiecke bedeuten sollen. Also hier wahrscheinlich zwei Dreiecke. So, kann ich hier... Jetzt kann ich hier auch nichts lösen. Ich bin überfragt. Wie komme ich... Wie komme ich zu diesem Boot? Also wie kann ich da unten... Geht's da noch höher? Müsst ihr eigentlich noch höher rauf? Ja gut, es geht noch ein bisschen höher rauf. Ach stimmt, wir haben hier auch noch was. So, okay. Ja gut. Trennen. Ähm. Trennen? Nö, nicht trennen. Okay. Trennen? Ja gut, okay. Ach, ach, das ist ja... Ah, okay. Also die, die können koexistieren, die Pärchen. Oder wie? Seit wann können die... Was? Seit wann können die koexistieren in einem Bereich? Das ist mal ja ganz was Neues. Ach Leute. Können doch nicht immer neue Ideen auspacken. Ähm, ja. So auf jeden Fall nicht. Pff. So? Nö. Schade. So? Ja. Gut. Was? Alter. Mir wird ganz schlecht. Macht doch sowas nicht. So, toll. Die können wieder koexistieren miteinander offensichtlich. Ne, das müssen wir anders machen. Machen wir so. Nein, ist okay. Wieso können die jetzt auf einmal koexistieren miteinander? Ich bin jetzt echt, echt verwirrt. Spiel, du kannst... Das kannst du nicht bringen, dass du auf einmal die Regeln so spontan änderst, wie du Lust hast, ja. Das geht nicht. So. Passt. Doch, ich kann das, weil ich bin ein Computerspieler. Ja, okay, gut. So. Okay. Machen wir so. Das war ja einfach. Voll das schöne Muster sogar. So. Dann haben wir hier was ähnliches, oder? So. Jetzt haben wir natürlich da das Problem. Ne, das müssen wir anders machen. So. Einen mitnehmen. Ne, so sowieso nicht. Aber ich glaube, es ist der Weg prinzipiell richtig. Einen mitnehmen. Ne, so auch nicht. Ich muss, ich muss darüber anfangen. Ne. So, einmal die beiden. Also so wird das auf jeden Fall gar nichts. Puh. Ja, ja, ja. Ne. Ne, aber da kriege ich den dann wieder. Ne, gut. Ich müsste so. Das so machen eventuell. Ne, aber dann kriege ich. Ne. Ich glaube, es ist so gar nicht mal so verkehrt. Ah, das ist zu viel, das gut. So. Jetzt ist da wieder der blöde Stern drin. Ähm. Moment. So. Wir splitten da auf. Wir nehmen den mit. Dann haben wir das mal. Dann nehmen wir das mit. Dann haben wir das mal. Und dann haben wir da wieder ein Problem, dass da wieder ein Stern zu viel ist. Ach, ey. Wir splitten da auf. Dann nehmen wir das mit. Dann nehmen wir die beiden Sterne mit. Dann haben wir da wieder einen zu viel. Ne, muss nicht sein. Wir machen einfach den da. So. Passt auch nicht. Das wird ja immer besser. Wir nehmen die da außen vor. Dann nehmen wir. Äh, toll. Dann verbauen wir uns den Eingang. Wir nehmen die da. Die da außen vor. Dann ist da. Dann verbauen wir uns wieder den Eingang. Boah, was ist denn das schon wieder? War denn das schon wieder für eine schöne Sache? Ja. Ich glaube, ich muss wirklich da einfach so machen. Ne, das geht ja gar nicht dann. So. 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 Ich probiere jetzt einfach ein paar konfuse Muster aus. Komm. Go. Oh. Schade. Das geht so nicht. Warum nicht? Finde ich voll schade. So. Ne, jetzt wieder kurz ein bisschen ernster. Ähm. Kurz ein bisschen ernster. Wie könnte das funktionieren? So. Wir nehmen die beiden mal mit. Dann nehmen wir die beiden. Ne, ich muss da wirklich so den. Ach, das ist so blöd, dass ich genau. Die beiden. Sind wir natürlich genau. Na, so könnt's. Ja, so funktioniert's. Sehr schön. Gut. Ach, jetzt haben wir Grüne auch noch dabei. Wie schön ist das denn? Gut, die können ja alle koexistieren. Nehmen wir einfach. Ja, machen wir eben so. Die können ja, das ist ja alles kein Thema. Easy. Das ist jetzt schon schwieriger. So. Die müssen wir nämlich alle splitten. Müssen wir Splittergruppen draus machen. Naja, gut. Huch. Das ist so, das ist so argumentiert. Da, was? Warum? Wieso? Das ist jetzt die Frage, wenn ich hier jetzt runterlaufe, ob das dann schneller geht. Wahrscheinlich schon, weil die Wendeltreppe, die Michael-Wendler-Treppe wahrscheinlich angenehmer zu laufen ist. So, ähm. Ich kann die so nicht trennen. Ne, das muss ich anders machen. Dann machen wir es eher so. So. Ne, so geht's auch nicht. Ähm. Was? Wie soll denn? Ich muss da einen. Ja, so. Ne, so. Ne. Komm, so. Ne, das. Wie soll ich da? Ich muss da in Wirklichkeit, das ist die einzige Möglichkeit, die ich habe, ist auf jeden Fall, dass ich das so mache. Und dann. Das kann ja nicht gehen. So. Dann nehmen wir aber da wieder das Problem. Ach, ich könnte es auch. Ach so, ich kann es ausschließen auch, ja. Machen wir so. Okay, so. So passt es. Gut. Alles gut, alles gut. So, dann hier einmal den da. So. So. Ja, so vielleicht nicht ganz, aber so in die Richtung wäre es, glaube ich, nicht falsch gewesen. Ja, komm, das ist ja eh voll easy so, oder? So, ich glaube, dass ich das Ding jetzt wirklich deshalb nur bekommen habe, damit ich, weil ich da schneller laufen kann, ja. Ich müsste nur wissen, wo es runter geht. Ist das jetzt hier wirklich schneller? Lauf ich überhaupt richtig? Ne, das ist die falsche Richtung, oder? Ne, das geht ja noch, aha, das geht ja noch langsamer. Ne, gut, also das ist jetzt auch irgendwie, ähm, ich weiß ja nicht genau. Ist jetzt auch irgendwie nicht so das, was ich will. Lauf, nein. Das Baumhaus, irgendwo haben wir noch was vergessen. Irgendwo haben wir hier noch was vergessen. Also da schaffe ich es auf jeden Fall zeitlich auch überhaupt nicht. Wann war ich hier jetzt oben? Ich weiß gar nicht mehr, wo ich genau war. Irgendwo konnte ich doch da weiter weg was sehen, was ich eventuell aktivieren. Genau da hinten könnte ich ja eventuell was aktivieren. Genau, machen wir einfach so, ja. Wo ist denn da der Ausgang? Da? Ne, wo ist? Ach, der Ausgang ist da unten, ich sehe schon, ja. So. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gewollt ist. Aber ich glaube nicht. Nö. Ach, Moment mal, ach, ich müsste das ja, ähm, ach so, wenn ich jetzt, ah, okay, wenn ich jetzt hier die anderen inkludiere, das ist wieder so ein doppelt gemoppelt Ding, ne? Ja gut, das geht sowieso so nicht, ich muss, ne, ich muss die aktivieren oder ist da oben auch was zum, ja, sind nur unten. Aber ich muss ja die inkludieren. Aber ich muss ja die inkludieren. Hier, das Ding haben wir aktiviert. Ich bin jetzt gerade wieder ein bisschen überfragt. Oder muss ich da, ein paar, gibt es ein paar mit anderen Lösungen? Ach, ich, ach, ich check's jetzt erst. Ach, wenn ich da, ach, die mit den anderen, okay, die mit den mehreren ausge, ach, ey, ne, ernsthaft. Okay, gut, jetzt ist natürlich, okay, ja, verstehe. So, komm, da. Ähm, das Ding. Wahrscheinlich falle ich jetzt nach unten, oder? So, ich möchte dann, dass es da weiter, ne, ist das jetzt ein guter Plan, was ich jetzt mache? Ich möchte das ja eigentlich nicht wieder auflösen, aber was passiert denn da dann? Moment, wir versuchen jetzt hier diesen Eingang zu machen. So. Oh, ach, ich spring da dann so rüber. Gut, das hat mir jetzt nicht viel gebracht, weil ich da nicht ganz rankomme, wie es aussieht. Aber ich müsste da dann in die andere Richtung, okay, so soll es dann eventuell gehen. Aber das bringt mir auch nichts, weil ich ja da trotzdem noch nicht rankomme. Moment, ich möchte mal da nach vorne gehen. Moment, das probieren wir jetzt mal. So, also die trennen und dann da nach vorne. Ach, schön, das faltet sich so süß zusammen. Und klapp, 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 klapp. Ja, da müssen wir jetzt aber die Richtung auch nochmal ändern. Ach, so läuft das. Ich bin begeistert. Ja, haben wir jetzt doof gemacht. Das ist jetzt nicht so klug. Ach, nee, wirklich, klaut. Das wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen. So. Gut, dann gucken wir da mal rüber. Ja, und ich gebe mir da Mühe. Weißt du, dass ich da... Guck, die muss ich so... Das muss ich so machen. Das geht ja gar nicht anders, oder? Es wohl ist falsch. Ich muss die inkludieren. Also wahrscheinlich, wenn ich die auch inkludiere, macht das anders, als wenn ich das nicht so mache, oder wie? Ja, okay. Verstehe. Ah ja, und das sind wir... Okay. Gut, jetzt habe ich hier den Rückweg eröffnet. Na gut, aber ich kapiere prinzipiell, was die von mir wollen. Ich hätte wahrscheinlich hier auch irgendwie rangekonnt, oder? Weil da... Genau, wenn ich es da... Nee, da ist... Ist da noch irgendwo so eins mit zwei Ausgängen? Nee. Gut, ich hätte hier auch den anderen Ausgang. Gut, aber da drüben, da habe ich jetzt... Haben wir da jetzt... Moment. Wir waren hier schon mal, oder? Oder waren wir hier noch nicht? Ich versuche mal kurz ein bisschen zu gucken. Ah, lasst mich nur gucken. Nur gucken, nicht anfassen. Keine Angst. Ja, ich war hier schon mal, aber... Das war schon länger her. So. Okay, na gut. Dann lassen wir das mal so. Man bringt eh nichts, weil ich muss die Brücke wahrscheinlich zurückbauen. Wo hatten wir denn hier jetzt noch so multidimensionale Brücken, die wir... An manchen Stellen... Das Ding ist kaputt, oder? Das ist nach unten gefallen, glaube ich. Das ist für immer und ewig verloren. So, hatten wir da irgendwo was, wo wir... Nee, das ist eine Gerade. Jetzt müssen wir schauen. Müssen wir gucken, ne? Gucken wir da nach oben, was da los ist. Da können wir auf jeden Fall... Da müsste ich eigentlich nur gerade aus. Okay, also ich muss schauen, dass ich hier... Boah, wie kriegen wir das hin? Hier so. Das exkludieren die beiden können. Koexistieren. So. So. Stimmt, weil auf diesen Branddings, da wusste ich eh nicht, für was das Ding eigentlich gut war. Aber gut, dann haben wir es jetzt so gemacht. Ist für mich auch ganz recht. Wir haben da trotzdem immer noch nicht... Sind noch nicht reingekommen in das Ding. Da ist wieder so ein Teil. Okay. Ich habe keine Ahnung, was es mit diesen Platten auf sich hat, aber sie sind halt da. Ah, guck mal, da unten ist... Da ist ein Schatten. Hätte ich wahrscheinlich vom Baum, von dem Baum da oben aktivieren können. Na, es ist zu spät. Da ist leider so ein Holzdingens im Weg. Ach, ich komme da eh noch höher. Ah, hier ist... Oh, hier ist das, 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 das Teil. Ist nur noch nicht aktiv. Okay. So, jetzt ist die Frage. Wie kriegen wir da... Wie kommen wir da am ehesten hin, dass ich das von hier weg... Moment, wo war da jetzt dieser Multi-Eingang, Multi-Ausgang da? Wenn wir da jetzt versuchen... Ne, wir müssen die auch exkludieren. Wir müssen eigentlich die hauptsächlich exkludieren. So, so soll es passen. Was, was passt dir jetzt nicht mehr? Achso, weil die... Weil die wieder separat sein wollen, oder wie... Ne, was? Also, klar, ich muss... Passt das so nicht? Das muss ja so passen, oder? Ja, sag ich doch. Müssen wir mal schauen, geht sich das aus? Wie weit kommen wir da? Okay, da kommen wir bis da her. So, gut, dann hätten wir mal die Geschichte. So, und jetzt... Ich glaube, wir kommen der Sache näher schon langsam. Wir kommen der Sache schon langsam näher. Hier, der Baumhaus-Story. So, einmal noch nach oben. Nein, das war natürlich falsch hier, verdammt. Das war so falsch. Wir müssen da hoch. Wie ich da rüber komme, weiß ich bis heute noch nicht. Aber ich glaube, das ist einfach da. Da kommt man nicht rüber. Das ist einfach da. War früher mal ein Teil des Rätsels, aber dann hat sich der Entwickler dazu entschieden, es einfach kaputt zu machen, weil er einen schlechten Tag hatte. Und seitdem ist es nicht mehr Teil des Rätsels. So, wir können... Da müssen wir rüber, hätte ich gesagt. Ja, genau, da fahren wir jetzt einfach mal rüber. Nein, nicht da. Das Teil. Nein, das Teil, bitte. So, wir separieren die von denen und dann machen wir da eine Separierung. Ähm, machen wir da eine Separierung. So, go. Klapp, 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 klapp. Jetzt hoffe ich nur genau sehr schön. Was ist jetzt los? Nein, nicht, nicht, das wollte ich... Was? Ich wollte das so gar nicht. Tu das wieder weg. Ach Gott. Ja, komm. Ist egal. Wir machen da jetzt erstmal den da. Ähm, Separierung, Separierung, Separierung und go. So. Genau, jetzt... Jetzt können wir hier aktivieren und dann ganz schnell darüber laufen. Ja, fein, sag ich da noch. Sehr fein. Schön. So, go. Zack. Und rein da. Juhu. Und wir aktivieren das Teil. Ta-da-da-da. Gut, wunderbar. Können wir hier vielleicht jetzt... Ich muss ja hier irgendwo... Ach, da unten ist auch noch ein Shuttle, sehe ich gerade. So, der aktiviert sich da, der Strahl. Sehr schön. Aber wie komme ich jetzt... Was bringen wir diese Schatten da unten? Ich müsste da... Muss ich da vielleicht echt von da drüben ran? Wahrscheinlich. Komm, wir packen das mal da rüber. Aber wie oft habe ich das eigentlich jetzt schon umgestellt? Das machen wir separierend so. Passt das so? Ne, passt nicht so. So, so muss ich machen. So. So, ein weiterer Laser. Schau mal, da steht genau der Ast im Weg. Ah, da. Da geht es. Okay, dann haben wir hier das mal. Also ich da vorher nicht draufgekommen bin, dass ich vielleicht hier von diesem lustigen Baum hier lustige Schattenspiele reinmachen könnte. Aber da, das Teil... Packen wir. Das ist da vorne. Ne, da komme ich niemals ran. So, oder? Ne, da ist genau der Ast davor. Okay. Gut, aber... Da auch nicht. Nein. Sonst ist da nichts mehr, oder? Nein. Da auch nicht. Da ist jetzt wirklich die Frage aller Fragen. Vielleicht von da unten irgendwo. Vielleicht von da irgendwo. Wo ist denn das jetzt? Ach, da hinten. Da könnte es sein, dass wir da rausfliegen. Nö. Aber es müsste da irgendwo sein, weil es geht... Gibt es ja noch was weiter oben? Nein, nicht wirklich. Nein. Ich würde sagen...